servus leute und herzlich willkommen hier auf diesem kanal sonic gaming zu einer weiteren folge von resident evil 5 ich freue mich dass ihr wieder am start seid und wir gehen sofort rein in der letzten folge haben wir ich sag mal die fabrik verlassen oder dass die ölfabrik ja das ölfeld und wir folgen jetzt den kleinen schlingel wir gucken mal ob wir wir haben ja keine großartigen viel schätze mehr gesammelt könnten hier kapazität machen wie immer immer kapazitäts tuning und hier auch noch 1000 vielleicht geht es hier auch noch mal 6000 schade okay dann machen wir das bei ihr oder dann sind wir eigentlich schon wieder startklar magnum sniper kommt hier rüber okay dann legen wir los ich wünsche euch viel spaß und let's go was haben die berlin will ich kann doch auch Ich lasse sie auch nicht locker lassen. Oh nee. Oh Gott, ich treffe gar nichts. Junger Vater. Die KI ist so dumm. So, was muss ich hier machen? Boom. 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 Geht's auch scharfschätzengewehr, oder was? Ja, hör mal. Geh mal weg da. Okay, jetzt müssen wir aussteigen, oder was? Aha. Oh, er dodged. Und ein Stampfer. Ah, er ist schon tot. Oh, wer ist? Wenn hier so viele Sprengfässer rumstehen, dann ist es natürlich gar kein Problem, hier durchzukommen. Ich bin nicht early. Ich sehe jetzt irgendeine Stroll-Moditionen. Ich miss ja eh wieder. Was? So aggressiv war der ja noch nie, dieser Schmetterling. Seht ihr das, wie das hier läuft? Sie schießt durch, nicht durch in den Gegner rein. Das ist mein Teamwork. Da sehe ich was. Da hat mein Adlerauge wieder was entdeckt. Ich glaube, in der nächsten Runde werde ich die Schrotflinte ablegen. Weil ich benutze sie nicht so oft. Und irgendwie... Das ist echt schlecht. Oh. Mit denen warte ich mal noch. Vielleicht müssen wir ja wieder aussteigen oder so. Noch nicht. Doch hier müssen wir safe aussteigen. Das wird ein oder lindes Koffer. Sehr schön. Sehr schön. Und da oben sind Geschütze. Das gefällt mir gar nicht. Hier wird gleich wieder der absolute Krieg ausbrechen. Ja, was ich sagen wollte, in dem nächsten Fall werde ich wahrscheinlich die Schrotflinte ablegen. Weil... Ich sag mal so. Was habe ich gesagt? Was habe ich gesagt? Der andere ist schon mal weg. Ah, er schießt einfach weiter. Okay. You need to be careful. Go. Ja, jetzt ist natürlich... Vielen Dank. Äh. Ah, man kann ja aus Deckung ziehen. Cool. So, jetzt der, weil der trifft mich bestimmt. Das war knapp. Ich will jetzt nicht wieder sterben. So. So. Jetzt mal Ruhe ist. Ach, das ist so ein Witz, gell. Dieses Inventar ist so ein Witz. Oh, ja. Oh, ja. Sehr gut. Oh, nee. Ich will den weg. Ja, zwei Magnum-Hugeln verschwendet, aber ich sag euch eins. Da mach ich gar nicht lange rum. Weg mit dem. Ups. Feuer. So ist es schon viel besser, wenn wir jetzt mal im längeren Hegel sitzen. Okay. Hold on! I'll get the other lever! Ach so. Das wollen wir nicht, wir wollen ja hier erst mal... ...woll das können wir einfach auch verwirklichen. Hold on! I'll get the other lever! Perfekt. Da frage ich mich wirklich, wenn du in dem Spiel wirklich vorhast, einen Speedrun zu machen. Und du so extrem auf die KI angewiesen bist. Wie willst du da bitte ins... Oh, wenn der das da in Ebene trifft, dann hast du das. Wie willst du da einen Speedrun machen, frage ich mich. Huuuuh! Oh nein! Hey! Hey! So. Alles in die Doppensprenge. Alles wegmachen. Nochmal weggehen. Ich denke, es soll endlich kommen. Ich glaube, da kommen unendlich, oder? Leute, ich weiß es nicht. Nö. Sehr cool. Das ist die Scheiße wieder voll. Jetzt kann ich hier das aber geben. Also so Inventar ist hier echt schwierig im fünften Teil, muss ich ehrlich sagen. Ich denke, wir hauen einfach ab, oder? Ich denke, wir hauen einfach ab. Das würde am besten sein. Oh, wir haben es schon geschafft. Oh, schütt! Oh, schütt, schütt, schütt! Wir müssen etwas machen. Wir müssen den Scheiß ab. Hold on. Be real. Da hat sich anscheinend dann auch irgendwas reingespritzt, oder? Da hat sich so eine Ampulli. Weil er war ein Boss, oder? Boah, er ist nicht so ein riesiges Schleimschwabbeviech oder so. Ich weiß es nicht mehr. Oh! Ich bin Bobby an alles, was du niemals hoffen kannst, zu werden! Okay, er ist einfach nur ein Tintenfisch. Oh doch nicht! Er ist der Krakel! Oh, das ist ein bisschen wie Salazar. Aus Resident Evil 4. Also er selber. Nicht der, der Plager ist außenrum, sondern... Wer er als in dem Schlund Oster! Was der Hell ist das denn? Okay, wir gehen da einfach ans Geschütz, oder? Wir versuchen es zu stoppen. Entstanden. Ich versuche nicht, dass du dir selbst gehst. Ja, damit treffe ich doch nichts, mein Junge. Ah doch, jetzt, ja. Chillig. Chillig, chillig, chillig. Gar kein Problem. Oh, ey. Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht auf. Ich glaube, ich habe den das Treffen einfach nicht da. Sie sind auf Teufels. Oh, jetzt! Jetzt! Oh nein. 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 Hey, ich verkackte es immer. Leute, feimlich. Thank you. So, und jetzt rein. Ja, ich hab ihn. Tell me what you're planning to do. Damn, Excella! I guess I wasn't worth the good stuff. Excella? Wo ist diese Facilität? Antwort auf mich. Was ist das Ouroboros-Projekt? Du sagst, ja. Wow, du bist nur auf dem Topf, nicht wahr? Die Bounds und die Wälder sind verändern und du bist komplett oblivious. Was ist verändern? Was bist du? Ist das das Ouroboros-Projekt? Ist das es? Niemand kann das aufhören. Aber Ouroboros wird alles verändern, was wir wissen. Chris! Chris? Du bist Chris. Was ist so lustig? Wie wissen Sie von mir? Ihre Antwort ist ein Weg zu gehen, Chris. In diese Hälfte. Wenn Sie lange genug zu leben können. Die Hälfte ist nicht so schlecht, aber es wird nichts ändern. Wenn Sie nichts ändern können. Du bist immer aufhören. Wir haben hier Zeit. Chris? Ach. 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 Das, Leute. Ende des Kapitels 3.3. Nächstes Kapitel 4, vermute ich mal. War ein chilliger Bosskampf. War eine chillige Folge. Ich hoffe, sie hat euch auch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like oder ein Kommentar da. Oder ein Abonnement. Ich würde mich riesig freuen. Ich würde mich riesig über Support freuen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, meine Freunde. Haut rein. Bis dahin. Schönen Tag. Schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tja. 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 Bis zum nächsten Mal.